Willkommen hier zu einem geilen Paladins Turnier mit dem Zapthaline und meiner Freundin. Wir spielen 3 vs. 3. Jetzt haben die alle ihre Mains genommen. Egal Scorch, du musst es carryen. Ja komm hier du auch. Ich muss schnell mich konzentrieren. Rechtsrum sind 2. Ich krieg ganz bisschen Damage hier. Das mit dem Healing ist grad bisschen AIDS. Ich muss mal gucken, ich geh mal ganz kurz regenerieren, dass ich nicht nur 0 LP hab seit AIDS. Wir haben ja ganz schön aufs Maul gekommen. Das ist ganz schön. Oh crap. Shit, der hat um die Wand nicht gekehlt durch. Oh Digger, natürlich. Ich brauch mal Lebensriss. Weil wir jetzt ja keinen Heal haben, würde ich sagen, dass wir uns dann selber healen. Oder Kill to Heal oder so. Sky irgendwo. Oh Gott. Ich hab so einfach Doppel-Aimung gefahren. Das hab ich nicht anders genommen. Nice. Mua. Ich spiel so schlecht gerade. Ich hab gleich schon wieder. Was macht das? Ich hab gedacht, sie wären hinter uns, aber... ich hab sogar tatsächlich gerne Run. Oh, nöööööö. Ech. Oh Mann. Der ist, der ist. Der ist... der Schrei... ih és, hälp. Die Skizade, ne? Ich habe voll vergessen, ich habe einen Backaufruf, um zu spielen, weil ich weiß, dass jetzt was passiert. Oh, danke. Oh, mein Gott. Pass auf, ich weiß, dass er nicht wieder stummt. Oh, der wiff mich gleich aus dem Wasserhundhörer raus. Kommt da leider nicht dran, okay, perfekt. Oh, ich darf nicht da rein. Ja! Ich würde nicht messen mit dir. Einmal nur die Bombenkauf. Na gut, ich cut jetzt erstmal hier. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Battle. Jo. Oh, die Bomben hier. Ich glaube, ich bin zu schlecht. Schafft ihr das irgendwie? Ja. Du musst gerade erstmal einschießen. Ab sieben. Nice! Runterschießen. Third Persons, ja. Third Persons, ja. Oh! Over time! Escort the payload. On my way. Achoo! Oh! Nice! Ich hab einfach 970 Schaden, so krank. Äh, hast du das hier oben oben? Der folgt mich einfach unten, der Gourmet-Gourmet. Sehr nice. Niemals den Nieser unterdrücken. Oh man. Loll. Nice. Ah, gewollt. Dummo war die Ash, ne? Oh, jetzt hab ich zuerst mein Kill. Trip-Trupp, sag ich nur dazu. Oh man. 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 Nice. Oh man. 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 Nette Aufwärmwunde. Nette Aufwärmwunde. Nette Aufwärmwunde. Nice. Was? Jetzt zur richtigen Runde. Oh, Alan, du bist gestorben, du Frieder. Hast du Sky irgendwo gekillt? Weil die müssen doch irgendwo sein, oder? Ja, die ist groß, die haben wir gekillt. Okay. Einer. Alter, Mann. Warte mal, du warst ein bisschen AIDS. Muss ich echt mal überlegen, ob ich da hochladen so schlecht wie ich gespielt habe. Ja, okay, dann würde ich sagen, war es das? Das war jetzt das Finale jetzt, ne? Ja. Ja, das war's vom Turnier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da und haut rein. Bis nächstes Mal. Tschüss.